Da oben Holy Shit Hat das grad wirklich gespült? Seit wann geht das noch? Ist hier irgendwo ne Spielung? Ok, das wollte ich nicht Sorry Moin Leute, herzlich willkommen Alter, ich bin so schnell nörst Uh, ich bin totally ingame Warte, ich muss noch kurz die Linsen einstellen Ja, ich bin ingame schon Fuck Ey, das ist krass Ich hab komplett vergessen, wie VR nochmal war Oh no So, äh, ja, moin Leute Herzlich willkommen, das war ne komische Ansage Oder an Bord Aber egal Äh, ja, willkommen zu Half-Life Alyx Ähm Was ist das? Was sind diese beiden Punkte? Äh, ich find das cool Oh mein Gott, ich hab das noch gar nicht mehr richtig angeguckt Ich mein, da ist so, äh, Kabelbinder dran Und ja Ok, wir haben zwei Syringes Ah, da kann ich mich noch aufhören In der letzten Folge Ok, ich erinnere mich langsam Ja, ich hab das Game jetzt seit Mehreren Wochen Zwei Wochen, glaub ich Nicht mehr gespielt Warte, irgendwie ruckelt das leicht Hab ich zumindest das Gefühl Ne, das geht Ne, 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 das geht Ok Headcrap Oh Ich dachte da wär mehr, äh, Gewicht dran War aber nicht Ach, das sind die einfachen Na ja, geh weg Ja, wir fangen weiter oder spielen das Game weiter Ich hab das echt lang nicht mehr gespielt Ach, irgendwie bin ich jetzt schon ein bisschen scared, weil ich hab's so lange nicht mehr gespielt Ok, jetzt die Tür kann man Ich dachte das hat Äh, da ist nichts irgendwie, ne Kann man eigentlich Warte Das ändere ich mal Die Settings Einmal Ja, wer geht Und, das ist ganz Ja, ich hab' das 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 aus dem weg geräumt. lebst du noch? nein. ist da irgendwas lebendiges? dafür haben wir ja diesen scope. das finde ich auch ganz gut, weil so warnt es dich ein bisschen... oh fuck da sind wir in der wand, aber es hat eigentlich ganz gut... okay wir gehen nochmal zurück und ja... oh... hab dich. man das sieht immer so aus, es tut mir auf jeden fall mal voll leid, sag es mal so. gut das initiieren wir uns mal kurz. okay ich komm gleich wieder. ich möchte erstmal hier noch das weiter gucken, weil was ist das? ja... was ist das da? ah das ist auch eine dose. verdammt. ich will keine dosen. aber irgendwie muss ich mich wieder recentern oder meinen centerpunkt mal versetzen. fällt mir grad auf, weil ich bin nicht mehr wirklich in der mitte des raumes. aber naja. ja wir wollten... oder ich wollte... einmal kurz... warte... wenn wir jetzt erstes das aufbrauchen und dann das? ich bin munnsicher. aber egal. äh nein das wollte ich nicht. ah dammit. jetzt hab ich das. komm mach neun. wir das nutzen. ah. ok. so jetzt haben wir zwei kleine granaten. wie kann ich die nochmal aktivieren? ich glaub damit. ach wir sind hier oben. ah. da ist sie. ich sehe. ich sehe. ey. das ist ne zunge, ne? ja. ach verdammt. gut. äh ja das geht nicht. das ruckelt halt schon ein bisschen. vielleicht ist das auch... sind das die einstellungen. das kann auch sein. okay. da ist nichts lebendiges. nein. okay. wir können hier also hochgehen. ach das könnte auch wegen dem, äh, spectate... äh, spectator smoothing, ähm sein. also ihr müsst es vielleicht bemerken, dass diese aufnahme, ähm, das ein bisschen, ähm, smoother ist. okay. vielleicht ist es doch das. warte. ich stelle das mal lieber aus. äh. ja. jetzt. jetzt. jetzt fühlt sich's doch. ja. ja. siehste. daran hat's gelegen. das waren nur die einstellungen. und da sind wir wieder back in the game. und finden wieder die sachen. äh. das wollte ich eigentlich gar nicht machen. aber okay. das nicht. ah physical crouch. ich will was entspanntes spielen. hat spaß. lol. das ist ingame. ach man. das ding ist, ich hab grad gedacht. ich will so ne art föhnen. das kommt irgendwie aus der richtung. können wir das irgendwie anmachen? nee. okay. das ist so ne art. nee. ein portemonnaie könnte es sein. ja. ja. das ist es. geht nicht auf. warte mal. irgendwie ist mein tracking nicht mehr so das beste. ich müsste das mal, ähm, besser machen. ähm, aber spielt jetzt grad nichts zur Rolle. äh, zur sache. ähm, schade. ich dachte man könnte das. ist das ein schlafsack? ja, ist es. so cool. ich hab echt lang nicht mehr half life alex gespielt. frag mich nicht warum. eigentlich liebe ich dieses spiel. also ich hab mich indirekt in das spiel verliebt. ähm, aber... keine ahnung. ich hatte halt keine zeit. bisschen schade. aber naja. ähm, 24, okay. ah, syringe. das brauchen wir aber nicht. bisschen zähneputzen. hallo? 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 ja,a guck. ne, wir kriegen's glaub ich nicht runter.阿 doch. geht. steht. 웃 Adobe buddy? wie krieg ich das wieder rauf? vert indicated? wie krieg ich das wieder rauf? ey, das geht vielleicht? das ist doch ne art puzzle. haha. naja. Yeah. 자, gut. das war dann das. Also, wir müssen raus, okay. Das ist die Tür. Nee, aber Half-Life Alyx, lang nicht mehr gespielt. Okay, wir können dann, oh shit, ist das so. Das braucht mehr als eine Sekunde. Können wir da runter? Ich glaub nicht. Können wir runterfallen? Holy shit. Es war noch nicht scary irgendwie. Okay, wir versuchen mal schräg so real as possible. Oh fuck. Ich schwebe gerade. Gibt's hier nicht ein Holz? Wo ich das jamen kann? Oh Gott, oh Gott. Nee, wir haben nichts. Vielleicht hier kann ich mitnehmen. Ich stell mir den Fernseher mit. Perfekt. Nee, aber ich möchte das irgendwie jammen. Das... Warte, man kann... Nee. Okay, scheiß drauf. Wir gehen raus. Wir versuchen es. Oh, da ist immer einer da. Okay, schade. Können wir nicht. Geh ich hier einmal kurz längs. Müssen wir jetzt halt halten. Haben wir noch irgendwas? Oh. Ich hoffe, ich werde es sehen. Ist der tot? Ja. Okay, die sind alle tot. Gut. Können wir rein? Nehme ich das am besten. Können wir das irgendwie... Nope. Haben wir irgendwas? Oh no. Den, den. Die Lampe können wir nehmen. Nein. Halt oben. Halt das Ding oben. Das ist verdammt schwer. Okay, er schwebt einfach so. Kann man das wirklich nicht. Warte. Nee, das ist zu klein dafür. Es geht. Easy. Was ist das da oben? Holy shit. Hat das gerade wirklich gespült? Seit wann geht das noch? Öh. Ist hier irgendwo eine Spielung? Okay, das wollte ich nicht. Sorry. Alter. Ich werde es nehmen. Hallo? 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 Geht das nicht? Dammit. Hallettenpapier. Okay. Haben wir alle nötig. Kann man das irgendwie drehen? Nee. Du siehst verdammt eklig aus. Aber ich gehe hier mal weiter. Ich könnte schwören, ich habe irgendwas ekliges gerade gehört. Vorbeihuschen. Äh, ja. Egal. So, dann gehen wir mal hier weiter. Und da ist der Aufzug. Oh shit. Ja, du kommst gleich. Na komm. Komm zu mir. Oh, du hast ganz viele Syringes. Hast du versucht dich zu heilen, als du angegriffen worden bist. Komm. Danke. Der verdaut das noch. Kann der haben. Okay, da wurde irgendwas verbarrikadiert. Äh. Da ist ein Stuhl. Ist aber nicht dieses Elektro-Ding da. Ich mag das nicht. Okay. Komische Töne sind hier. Also ich höre eher grad auf die Töne, weil... Okay, es hört sich so ein bisschen an wie so ein... Ja, stimmt. Es hört sich so ein bisschen an, als ob das irgendwie die Ventilation, also die... Ähm... Die, die... Die, die... Shut up. Auch noch. Das hat nicht so geklappt. Und das hat immer noch nicht so geklappt. Ich denke mal, da unten bewegt sich was, aber das ist das, was sich da runter schmeißt. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ähm, ist, dass ich da irgendwie die Lüftung höre und das ist irgendwie voll komisch. Okay, will ich es nach innen ausnehmen? Ach ja, es sieht sehr dunkel aus. Wie mache ich das am besten? Okay, wir haben eine Shotgun. Mit drei. Wie viel haben wir da noch? Vier. Fast four. Fünf können wir sogar da reinpacken. Uh. Okay. Warte mal. Ich recentere mich kurz. T-Pose in und... Ja, jetzt bin ich ready for combat. Oh fuck. No, no, don't do that. Können wir das nicht anmachen? Ich geh einfach. Okay, da ist ne Tür offen. Dann drei, zwei, eins und let's go. Da kommt doch safe gleich was raus. Ich hör doch da was. Das können wir nicht öffnen. Ja, Tracking. Okay. Die sind links. Ah. Gott, ich spring. Warte, wie springt man nochmal nachher so? Nee, wir springen da hin. Nee, wir springen da hin. Nee, wir springen da hin. Die kommen anscheinend nicht. Weil sonst wären die jetzt schon längst da. Oder das ist getimed. aber ich sag mal noch nichts weil man weiß ja nie ich spring da mal kurz rüber ist doch safe irgendwas man kann die toilette gleich öffnen das mache ich auf jeden fall sehr sehr wichtig ist das deo das sieht so aus shampoo vielleicht perfekt dahin wieder hingeworfen wo ich es her habe beste mechanik können wir das okay cool wir müssen runter droppen obwohl die nicht warum müssen wir eigentlich immer wieder runter gehen da ist doch safe irgendwas okay das muss ich ja mal kurz dranhängen perfekt meins ohne mich irgendwie kannst du da sogar die okay let's go gewinnung ja 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 ja